Schlittschuhfahren und Karneval? Sie denken, das geht nicht? Dann lassen Sie sich doch am Samstag vom Gegenteil überzeugen. Der Grefrater Eissport und Eventpark lädt von 10 bis 12 Uhr Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zur Karnevalsparty Eisminis ein. Natürlich sind aber auch jüngere und ältere Eisläufer herzlich eingeladen, mit ihren Kostümen über die Eisfläche zu flitzen. Als kleines Special gibt es für alle verkleideten Kinder eine süße Überraschung in der Pistenbar. Wer einfach nur so Schlittschuh fahren möchte, der kann das natürlich auch tun. Die Eisflächen haben nämlich das ganze Karnevalswochenende sowie am Rosenmontag und am Fallchendienstag von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Wir wünschen allen viel Spaß!